Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Pocket Edition! Ihr werdet heute die Überraschung erfahren Du musst noch was fertig machen Also hier, die wollten eine Farm bauen Für unsere Tiere Ja Ey die scheiß Hunde gehen da rein Das ist nicht für die Die blöde Hunde Hagei Hast du mal bemerkt, dass die Zaubertücher mit Obsidian unten haben Da unten Obsidian Ich weiß, die musst du auch mit Obsidian bauen Ja Ich finde nicht mehr die Sache, die ich weiß Was ist das? 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 Das 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 ist das? Oha, die kommen nicht mehr raus Hiii Scheiße, die verfolgen mich Schnell Tor zu machen Ahaha, nein! Nein, 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 die greifen nicht rein Ach, ihr Gaylords Dance Dance, komm Dance Komm, mach mit dir, Dance Komm, komm Ey, Mann, wieso geht das so... Dann zum Besten gehst du nochmal Yeah Dance 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 Dance, dance, dance. Juuuuhuuu. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Aha, 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 aha. Oh yeah. Dance, 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 dance. Ich kill die, lass die. No, weil du jetzt viel willst. Nein. Was? Wehe. Ich kill dich gleich. Wieso? Was hab ich denn gemacht? Ach so, hast du von hier vorne die Hunde gekillt? Oder hast du die hier gekillt? Ich hab die nicht da gekillt, ich hab die da, da gekillt. Guck. Wieso? Die verpissen sich einfach, sag. Wieso, wieso darfst du dich nicht verpissen? Ich hab die nicht gekillt, weil ich nicht gekillt. Weil jetzt viel wird. Guck, 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 guck. Mach du auch dazu, damit die nicht verhörter kommen. Hat sie gemacht. Juhu, wie viel Schaf, übertreib doch nicht. Wir müssen die eh bald kämen. Ich muss dich verzeigen, ist ein Backfisch. Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Kühe. Hast du noch Hühner? Ja. Mach ja Schweine. Oh, wie süß, ich weiß, wie süß. Aber die brauchen uns ja irgendeine Zünsche. Karotten oder so. Zehn. Und was haben wir noch nicht? Wir haben noch Hühner nicht. Die wollen alle raus, weil du Osten in der Hand hast. Nein, das ist doch ein Kugelfisch. Was ist denn das? Vielleicht fressen die das aber. Ekel. Ey, da draußen ist ein Schaf. Oh, Hühner sind draußen. Hühner sind draußen. Und Schweine, die machen das Tor, habe ich aufgelassen. Wieso ist das Tor? Nein, das geht zu. Es ist warm. Die kill die draußen. Okay. Der Hühner hat Zeit. Und dann gib sie her. Oh, eine kleine Kuh, eine kleine Kuh. Oh, ich kill die. Die kill die alle. Nein. Das ist nicht so. Die Hühner wollen drüber fliegen. Die sind aber nicht. Töte das. Mach zu. Oh Mann, kill das Hühner. Oh, dann mach doch zu Mann. Ich mach zu, du machst auf. Ich kann da noch nicht zu machen. Nein. Ich kann nicht so genau jetzt. Ja. Ich kann es ja nicht mehr fahren. Kann ich ein bisschen Ratenpumpen holen? Nein. Okay. Okay. Dann sterben wir müssen alles durchpflanzen. Kann Gott. Ja. Ja. Oh, jetzt sind viele Sachen gewachsen. Chill nicht abholen. Komm her. Ja, chill. Oh mein Gott, die Schuhe sind nicht alle. Oh, der ist nicht mehr. So. 1, 8, 9, 10. Wo ist der beste Ausgang? Nein, hier hinten auf jeden Fall nicht. Ich verpiss dich. Ey, die gehen nicht weg. Oh mein Gott, da kommt der Wolf. Hey, der Arsch. Ah, der macht zu. Ha, jetzt kommt der nicht mehr raus. Ich nehm die Abkürzung. Ey, was ist das? Da hat der Oldie einfach irgendwo die Zaunpöse. Aha. Yay. Angeln wir nochmal? Jens? Leute, wir werden wieder angeln. Also nur ein bisschen. Gell, Jens? Ich wäre lange. Muss oder ich nicht? Egal. Yay, jetzt hab ich Kartoffeln. 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 Scheiß verrottetes Fleisch, Alter. Ich hab so 39 davon. Wirklich. Oh mein Gott. 39. Ich hab noch mehr Weizen. Jetzt hab ich zwei Weizen. Jens. Jens, guck mal was ich geangelt hab. Wasserflasche. Ich hab eine Wasserflasche geangelt. Ha. Und ich kann's schon trinken. Ich trink dich. Ja, ich hab's getrunken. Hat lecker geschmeckt. Jens, wir brauchen uns da einen Strohbein. Jetzt hab ich eine normale Glastflasche. Da kann man... Jo, man braucht ihn nicht. Nein, Mann. Danke, danke. Ey, man kann ja ewig Wasser trinken. Guck mal, ich kann's wieder auffüllen. Egal. Ich hab's Hunde, die wollen da rein gehen. Ich angeln da auch noch. Nein, ich geh schlafen. Kommst du schlafen? Nimm die Tiere. Tchuch. Ich geh schlafen. Tchuch. 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 Jey. 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 Oh, I'm here, girl. Ja, es ist wieder Tag. Juhu! Guten Morgen, Leute. Wir sind behindert. Nein. Ha. Jens, guck mal die meiner Hund. Und, Jens, guck mal, man kann mich ja ewig auffüllen, weißt du das? Nein. Lauf. Ey, komm, machen wir weiter mit der Schiene, ne? Der stirbt gleich. Hör auf, Mann! Der stirbt. Okay, ich geh raus, fass ein Video. Junge, ey, hör bitte auf, Mann! Der stirbt gleich. Oh! Du bist so. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Verpiss dich von meinen Sachen. Ich sammel deine Sachen jetzt auf. Ja, Mann, ich hab einen Lachs in deinen Arme. Ja, so cool. Ich hab auch einen Arme. Und du kannst verzauberte... Ha! Und ich kann dich nicht wieder Minecraft spielen lassen. Und du kannst mich nicht mehr... Okay, jetzt können wir auch rein. Also, das war die letzte Folge mit GEMICH123. Okay, und wir werden jetzt aufhören. Okay, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Aber ich bin dann alleine. Ciao! Ciao!